Hätte mir jemals jemand gesagt, dass ich mit 33 Jahren in einer Bude sitze, auf einer Lahn. Jo Freunde, was geht ab? Ich bin's. Ich schwöre es dir, meine Antwort wäre, ich habe alles in meinem Leben erreicht. Glauben Sie, diese Geschichte ist wahr? Mein Name ist Jonathan Franklin. Sagst du Jonathan Franklin? Frakes. Frakes, Jonathan Franklin. Ja, ich bin Jonathan Franklin, ich bin der andere.